Schaut, was mir ins Haus geflattert ist, die neue Marvel Dice Throne Version auf Deutsch. Ja, nach vielen Jahren gibt es das Ganze endlich auf Deutsch. Es gibt ja schon einige Dice Throne Versionen auf Deutsch, aber die Marvel Edition ist jetzt brandneu. Mit den vier Helden Captain Marvel, Doctor Strange, Black Panther und Black Widow. Ich werde euch das Ganze so ein bisschen erklären. Ja, ich werde euch die Spielabläufe so ein bisschen erklären und dann natürlich noch, wie mir das Spiel gefallen hat. Ich bin tatsächlich ein Dice Throne Noob, also das hier ist auch meine allererste Dice Throne Version, die ich je gespielt habe. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch schon ein bisschen gefesselt und ich war auch schon kurz davor, mir zusätzlich noch Dice Throne Version zu kaufen. Aber meine Verlobte hat mich dann doch noch abgehalten. Ja, weil sie ist diejenige, mit der ich das spielen muss im Grunde genommen. Und ja, es hat mir sehr gut gefallen, das schon mal vorweg. Aber bevor ich dann zum etwas ausführlicheren Fazit komme, möchte ich euch ganz kurz die Spielabläufe einmal erklären, so dass ihr ja ungefähr wisst, worum es geht. Also für diejenigen unter euch, die gar nichts mit Dice Throne anzufangen wissen, kann ich nur sagen, Dice Throne ist einfach kniffeln in geil. Ich hatte ja schon mal auch so ein Video gemacht, bei dem ich gesagt habe, ja, das sind so coole Würfelspiele und so. Da war Dice Throne noch nicht mit bei, weil ich es eben noch nicht gespielt hatte. Aber da kann ich euch jetzt schon mal sagen, in dieser Top-Liste verlinke ich euch hier gerne auch nochmal, würde ich Dice Throne jetzt definitiv mit aufnehmen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit den Abläufen und danach kommen wir zum Fazit. So, ich habe hier das Spiel einmal für zwei Spiele aufgebaut, exemplarisch mit den beiden Charakteren Black Panther und Doctor Strange. Und jeder Spieler bekommt hier ein so ein riesiges Tableau, auf dem alle Angriffsfertigkeiten, passive Fertigkeiten, Ultimates und so weiter abgebildet sind. Also, alle Sachen, die man quasi zum Spielen braucht. Wir haben hier noch so ein Übersichtssheet. Ja, die sind alle auch unterschiedlich natürlich mit solchen Statusmarkern drauf. Also, wir haben hier pro Charakter dann so unterschiedliche Arten von Statusmarkern, die dann unterschiedliche Dinge können. Da werde ich gleich mal so ein paar Beispiele nennen. Wir haben natürlich einen Lebenszähler, der ist am Anfang auf 50. Wir haben einen Kampfpunktezähler, davon haben wir am Anfang zwei. Maximal können wir davon 15 Stück haben. Wir haben ein Kartendeck, davon ziehen wir am Anfang vier Startkarten. Und ja, der Rest ist quasi Nachziehstapel. Wir haben noch so eine Übersicht, wo wir sehen, wie der Ablauf eines Zuges ist und so ein paar Timingfragen, die hier geklärt werden. Beziehungsweise sind einfach so Symbolerklärungen, was was bedeutet. Und wir haben natürlich unsere fünf Würfel hier. Und diese Würfel, ja, die werfen wir im Laufe des Spiels dann, um unsere Fähigkeiten zu aktivieren. Und das sieht man auch schon ganz gut hier auf dem Board. Sind die unterschiedlichen Fähigkeiten, ja, abgebildet. Wir haben hier, ja, so Fähigkeiten, die wir über bestimmte Symbolkombinationen triggern können. Ja, da fügen wir dann hier vielleicht irgendwie Schaden hinzu. Dann haben wir hier so Straßen. Das heißt, diese Würfel haben jeweils immer ein Symbol und eine zugehörige Nummer. Das heißt, wir können auch hier Fähigkeiten mit einer kleinen Straße, großen Straße irgendwie ausführen. Ja, hier haben wir so ein Ultimate. Das ist eine besonders starke Fähigkeit. Und wir haben hier auch so bei manchen Charakteren so passive Fähigkeiten, die hier, ja, so passive Fähigkeiten erklären. Und, ja, das Spiel läuft jetzt einfach so ab, dass wir am Anfang eine Statusphase haben, beziehungsweise eine Vorbereitungsphase. Da würden dann irgendwelche Sachen triggern, die in dieser Phase triggern. Da gibt es, ja, zum Beispiel bei der Black Widow, die kann so eine Zeitbombe jemanden geben und dann muss derjenige in dieser Phase erstmal würfeln, ob diese Zeitbombe oder ob diese Bombe sich irgendwie verkürzt von der Zeit oder ob sie dann hochgeht oder ob man sie entschärft. Da gibt es dann die unterschiedlichsten, ja, Charaktere, die dann unterschiedliche Dinge dann in dieser Phase irgendwie können oder, ja, auslösen. Dann kommen wir zur Einkommensphase. In der Einkommensphase zieht jeder eine Karte und kann seinen Kampffunkte-Marker um einen nach oben schieben. Das wird tatsächlich beim Startspieler ausgelassen, aber, ja, das nur nebenbei. Und dann kommt man in die Hauptphase, in die erste Hauptphase. Es gibt nämlich zwei Hauptphasen. Und in der ersten Hauptphase ist es so, dass ich nun verschiedene Dinge tun kann. Ich könnte zum Beispiel Karten spielen. Ich könnte unterschiedliche Karten spielen, hier so Sofort-Effekt-Karten mit so einem Ausrufezeichen. Ich kann Karten spielen, die besonders in der Hauptphase hier Sinn machen oder die man überhaupt nur spielen darf. Karten kosten unterschiedlich viele Kampfpunkte. Also von 0 bis, ja, 3 oder 4 Kampfpunkte können die kosten. Und diese Karten können wir jetzt in dieser Hauptphase spielen. Da können wir auch so viele Sachen spielen, wie wir wollen. Wir können auch Karten für Kampfpunkte verkaufen in dieser Phase, falls wir, ja, in der nächsten Phase irgendwie Kampfpunkte noch brauchen, ähm, sollten man vielleicht die eine oder andere Karte schon mal verkaufen. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir quasi alle Karten gespielt haben, und diese Karten sind tatsächlich, ja, unterschiedlicher Art, auch von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Dr. Strange kann zum Beispiel in jeder Hauptphase oder einmal in seinem Zug, ähm, einen Zauber ausspielen, den er in seinem Zauberbuch dann irgendwie packt. Ähm, man kann hier Karten ausspielen, die Kampfpunkte bringen. Also es gibt Verbesserungen, die man ausspielen kann, um seine Fähigkeiten hier auf dem Board noch zu verbessern. Das haben wir aber auch nicht alle Charaktere. Manche Charaktere gehen aber auch extrem stark da drauf. Zum Beispiel Black Widow geht da sehr stark drauf. Hier der Dr. Strange hat gar keine Verbesserungen von seinen Fähigkeiten. Der hat halt nur diese Zauber, die ja irgendwie wirken kann. Ja, und da gibt es die unterschiedlichsten Karten. So, und jetzt ist es so, dann gehen wir in die Kampfphase. Und in der Kampfphase ist derjenige, der dran ist, quasi, ja, der Angreifer. Und jetzt funktioniert das quasi, ja, wie bei so einem Kniffelmechanismus. Ich nehme meine fünf Würfel und würfel die und kann dann entscheiden, ja, welche Würfel ich behalten möchte, welche Würfel ich vielleicht neu würfeln möchte. Und dann suche ich mir am besten vielleicht irgendwie eine Fähigkeit aus, die ich vielleicht triggern möchte. Nach meinem ersten Wurf bin ich vielleicht schon bei einer Fähigkeit sehr nah dran. Jetzt könnte ich zum Beispiel, ja, was könnte ich machen? Ich könnte zum Beispiel hier unten auf diese dreifache Bedrohung gehen. Da würde ich jetzt hier den und den behalten und den hier auch. Und dann brauche ich irgendwie noch ein blaues Symbol. Mein zweiter Wurf, ha, immer noch kein blaues Symbol. Jetzt könnte ich schon mal überlegen, ob ich nicht vielleicht doch auf was anderes gehe. Hier zum Beispiel den hier, das wäre so was, eine sichere Sache. Aber ich werfe und würfel nochmal, habe es nicht geschafft. So, das ist schon mal schlecht, weil dann kann ich keine Fähigkeit aktivieren. Aber ich habe immer noch theoretisch die Möglichkeit, auch meine Würfel zu ändern, indem ich ja solche Karten spiele, die in der Würfelphase gespielt werden können. Die sind mit so einem Würfel markiert. Da könnte ich zum Beispiel, da gibt es Karten, bei denen man einfach einen Würfel ändern kann, Würfel neu würfeln kann, nochmal alles neu würfeln kann. Dr. Strange hat zum Beispiel so eine coole Fähigkeit Déjà-vu, bei der er seine Würfelphase oder seine Angriffsphase komplett nochmal neu anfangen kann. Dann kann er gleich wieder mit allen fünf Würfeln würfeln. Und da gibt es die Möglichkeiten, auch Würfel zu manipulieren. Gibt aber auch für den Gegner quasi die Möglichkeit, Würfel zu manipulieren. Also, ich könnte ja zum Beispiel sagen, ich hätte irgendwie was gespielt und habe jetzt hier so eine Fähigkeit. Ja, dann sage ich hier meinem Gegner, ich möchte gerne meine dreifache Bedrohung aktivieren. Das macht man dann und dann kann der Gegner darauf reagieren. Er kann dann zum Beispiel auch eine Karte ausspielen, um nochmal einen Würfel zu ändern, damit ich das nicht aktivieren kann. Darauf kann ich dann auch wieder reagieren. Und ja, so manipuliert man quasi so lange, bis es alles safe ist. Und dann wird die Fähigkeit aktiviert, die man dann aktivieren möchte oder die dann aktiviert werden kann. Und dann fügt man dem Gegner Schaden hinzu, macht irgendwelche Dinge. Also, es gibt die unterschiedlichsten Fähigkeiten. Meistens sind das aber Angriffsfähigkeiten, die dem Gegner Schaden machen. Da gibt es dann auch die unterschiedlichen Schadensarten. Schaden, den man abwehren kann mit seiner grünen Verteidigungsfähigkeit hier. Das kann der Gegner dann quasi machen, wenn man mit abwehrbarem Schaden angreift. Es gibt aber auch Schaden, so roten Schaden oder ultimativen Schaden auch, den man nicht abwehren kann. Da müsst ihr dann gucken. Da gibt es so eine Tabelle in der Anleitung, die das ganz gut erklärt, welchen Schaden man wie behandeln kann oder vermeiden und, 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 und. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Genau. Das ist dann quasi die Angriffsphase. Also, wir haben den Gegner angegriffen. Wenn man zu dritt oder zu viert spielt, muss man noch, ja, natürlich sagen, wen man angreifen möchte. Und dann kann der Verteidiger seine Verteidigung machen. Also, in diesem Fall würde ich hier bei dieser Fähigkeit sechs Schaden zufügen. Ich könnte nochmal zwei Würfel würfeln und je nachdem, was da rauskommt, passieren nochmal Dinge. Mit diesem gelben wären das nochmal zwei Schaden, also würde ich ihm jetzt acht Schaden zufügen. Und Dr. Strange hat hier so eine Verteidigungsfähigkeit, bei der er auch nochmal zwei Würfel würfeln kann. Und je nachdem, was da passiert, fügt er dann auch nochmal Schaden zu oder er verteidigt Schaden, er wehrt Schaden ab. Das kommt ganz drauf an. Genau. Da gibt es halt, ja, die unterschiedlichsten Möglichkeiten, das dann zu spielen. Und wenn wir dann fertig sind mit der Angriffsphase, dann kommen wir in die zweite Hauptphase. Dann kann man nochmal überlegen, ob man nicht vielleicht doch nochmal eine Karte spielen möchte oder welche verkaufen möchte. Das ist quasi dann die zweite Hauptphase. Das tatsächlich habe ich festgestellt. Ich glaube, wir haben jetzt fünf, sechs, ja, sechs Partien gespielt. Und das haben wir fast nie gemacht. Also in der zweiten Hauptphase noch was zu machen. Ja, wenn man irgendwie vielleicht in dem Gegnerzug reagieren möchte, wenn man da noch Kampfpunkte braucht, ist es vielleicht sinnvoll, die eine oder andere Karte dann noch zu verkaufen. Ja, aber ansonsten haben wir da relativ wenig gemacht in der zweiten Hauptphase. Und dann als letztes kommt noch die Abfuhrphase. Da muss man halt einfach schauen, dass man nicht mehr als sechs Karten auf der Hand hat. Ja, und dann ist der Gegner dran. Und das macht man dann quasi so lange, bis einer von den beiden Helden hier von den Dice Throne erklommen hat und seine 50 Lebenspunkte aufgebraucht sind. Der als erstes quasi tot ist, der hat verloren. Bei Gleichstand ist dann halt Gleichstand. Da gewinnt dann keiner. Da gibt es auch nicht irgendwie einen Tiebreaker oder so. Genau, und so funktioniert das. Die Helden sind wirklich alle sehr asymmetrisch, muss ich sagen. Und ja, macht wirklich Spaß, so die einzelnen Helden dann auszuprobieren und dann ja, so ein bisschen durch sein Deck zu kommen. Also es gibt natürlich, also man hat nach einer Partie meistens nicht das komplette Deck gesehen. Ich würde mal sagen, man braucht so zwei, drei Partien, bis man alle Karten dann auch einmal gesehen hat von so einem Helden. Tatsächlich gibt es aber auch viele Karten, die von den einzelnen Helden, ja, oder in den einzelnen Heldendecks, die sehr gleich sind. Vor allen Dingen so die Würfelmanipulationskarten, das sind, die wiederholen sich dann immer. Die kennt man dann auch irgendwann. Aber es gibt dann doch nochmal so die eine oder andere spezielle Karte, vor allen Dingen natürlich auch die Verbesserung oder die Bücher bei Doctor Strange, diese Zaubersprüche. Das sind dann doch schon sehr viele unterschiedliche Dinge. Ja, und das sind ungefähr die Abläufe von Dice Throne. Ich finde zum einen sehr cool, dass es alles so extrem asymmetrisch ist. Ich hatte erst bei der ersten Partie, da haben wir, glaube ich, Black Panther gegen Captain Widow gespielt. Und da kam mir das so schwach vor, was der Black Panther konnte mit seinen kinetischen Energiemarkern. Der hat hier so kinetische Energiemarker. Und immer wenn er Schaden bekommt, bekommt er so einen Energiemarker. Und dann kann er, wenn er angreift, kann er diese kinetischen Energiemarker ausgeben, um extra Schaden zu machen. Oder er lässt sie so lange stapeln, bis es acht auf einmal sind. Und dann explodiert das quasi, seinen Anzug oder was auch immer diese kinetische Energie hervorruft. Und dann macht er nochmal extra Schaden. Und da kann man richtig geil drauf spielen, weil man diese kinetische Energie natürlich irgendwie im richtigen Moment einsetzen möchte. Es ist aber dann noch extrem ärgerlich. Ich habe dann gegen Black Widow gespielt. Und Black Widow hatte dann so eine Karte mit Entferne alle Statusmarker. Und ich hatte halt irgendwie sechs von diesen kinetischen Energiemarkern gesammelt. Ja, und plötzlich waren sie alle weg. Das war schon wirklich sehr ärgerlich. Und dann gibt es noch diesen Anzug, den ich auch am Anfang sehr schwach fand, der dann irgendwie drei Verteidigungen hat. Da kann man einfach drei Schaden mit abwenden, wenn man Schaden abwehren kann. Und das klang erstmal sehr schwach, weil man ihn jedes Mal wieder ausgeben muss und die Fähigkeit, über die man den bekommt, die macht halt selber auch kaum Schaden. Oder macht sie überhaupt Schaden. Sie macht eigentlich gar keinen Schaden. Da kriegt man auch nur neue kinetische Energie. Und Black Widow hat einfach so unendlich viel Schaden gemacht. Da dachte ich so, what? Was ist denn hier los? Und Captain Marvel auch. Also kam mir am Anfang extrem unbalanced vor. Aber wenn man dann tatsächlich so ein bisschen die Kniffe hat und auch seine Fähigkeiten ein bisschen kennt, vielleicht auch mal das Ultimate zünden kann, dann funktioniert das wirklich sehr gut. Und dann habe ich trotzdem das Gefühl, dass es einigermaßen ausbalanciert ist. Ich glaube, ja, das kann man auch so nach so ein paar Partien gar nicht so richtig sagen. Aber ja, ich gehe mal davon aus. Und ja, die Info, die ich bekommen habe vom Verlag, da war das auch extra so. Ja, sie haben extra nochmal geschrieben, dass die sehr ausbalanciert seien. Keine Ahnung. Da es es ja auf Englisch schon ein bisschen länger gibt, findet man dazu bestimmt auch ein bisschen was in den Foren. Welche Charaktere besonders stark sind, welche nicht. Vielleicht funktioniert das auch eher so nach dem Stein-Schere-Papier-Prinzip. Schere-Stein-Papier-Prinzip, dass vielleicht bestimmte Charaktere nicht so gut gegen andere Charaktere sind und umgekehrt. Das kann ich nach den wenigen Partien aber noch nicht so genau sagen. Das Spielprinzip finde ich wirklich geil, weil es tatsächlich wirklich sehr fluffig ist. Also die ersten zwei Partien waren vielleicht noch ein bisschen holprig, weil wir mit den Timings nicht so ganz sicher waren. Wir wussten nicht ganz genau, wann wir welche Karte eigentlich spielen dürfen. Wann dürfen wir jetzt den Würfel eines Gegners manipulieren, schon während er würfelt oder erst, wenn er seine Fähigkeit aktivieren will. Aber das ging dann, da waren wir uns dann auch irgendwann klar. Und wenn man das dann ein bisschen gespielt hat und auch die Karten einigermaßen kennt, so die Standardkarten und auch die Fähigkeiten der Helden und vor allen Dingen auch die Fähigkeiten des gegnerischen Helden, dann ist das super fluffig gespielt, muss man sagen. Also dieses, ja, ich nehme schnell eine Karte, ziehe meinen Kampfmarker um einen nach oben, dann gehe ich in die Hauptphase, ich habe ja irgendwie nur eine Handvoll Karten und weiß ganz genau, okay, das kann ich ausspielen, das nicht. Das geht super schnell und dann kommt es halt ans Würfeln und das ist dann halt wieder, ja, dieser Kniffelmechanismus, der halt cool ist. Und da ist es halt auch dieses Push-Your-Luck-mäßige, was ich ja besonders cool finde immer bei Spielen, dass ich ja ein bisschen was riskieren kann. Ich kann zum Beispiel auf meine Ultimate gehen und dann klappt es vielleicht mit dem einen Würfel nicht und dann habe ich aber noch eine Karte in der Hinterhand, um einen Würfel zu manipulieren, dann kriege ich mein Ulti irgendwie doch durch und ja, solche Geschichten machen halt wirklich richtig viel Spaß und diese Würfel, ich finde die auch, die sehen einfach geil aus auch, ne. Also es ist ein Custom Dice, hier mit so Einkerbungen, richtig schönes Material. Ich finde auch die Boards insgesamt wirklich sehr schöne Dicke. Das ist wirklich, ja, das ist halt nicht so ein kleiner Kniffelblock, sondern es sieht einfach geil aus, hat cooles Material und fühlt sich einfach ein bisschen geiler an wie Kniffel, weil man einfach so ein bisschen gegeneinander bettelt. Man hat unterschiedliche Fähigkeiten von den einzelnen Helden, die man dann ausprobieren möchte. Wir hatten zum Beispiel bei Doctor Strange, fand ich das so geil. Ich habe einfach volle Kanne auf diese Déjà-vu-Marker gespielt, um eine Angriffsphase quasi im Zweifel immer nochmal starten zu können und habe dadurch dann einfach so geile Fähigkeiten und so krasse und starke Fähigkeiten dann teilweise triggern können. Ja, das hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann gibt es, ja hier, was hat der noch? Der hat hier so Vorahnungsmarker, das ist auch cool. Dann kann man einfach ein bisschen schneller durch sein Deck gehen, wenn man die ausgibt. Oder so ein Ribbon-Marker hier, da kann der Gegner dann keine, ja, solche Würfelmanipulationskarten in seinem Angriff spielen. Das heißt, das macht seinen Angriff dann ein bisschen schwieriger. Ja, es gibt einfach richtig geile Fähigkeiten. Ich bin tatsächlich, ah, ich bin eigentlich schon ein bisschen heiß drauf, auch die anderen Charaktere und die anderen, ja, Dice-Throne-Helden oder was es da alles gibt, auszuprobieren. Ja, ich werde aber tatsächlich jetzt noch ein bisschen mit der Version spielen und mich noch ein bisschen weiter in die einzelnen Charaktere einarbeiten, bis es mir dann zu langweilig wird. Und ich bin sicher, dass ich mir dann nochmal irgendwann eine weitere Dice-Throne-Box hole. Ähm, ja, dann werde ich auf jeden Fall wieder berichten. Zu den anderen beiden Modi mit drei Spielern, dieses Free-for-All oder diesen Team-Modus kann ich zum Zeitpunkt jetzt noch nichts sagen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das wirklich gut funktioniert. Vor allen Dingen der Team-Modus klingt wirklich interessant, wenn zwei Leute im gleichen Team sind, aber sich die Leben teilen müssen, die Kampfpunkte dann aber nicht. Und man dann, ja, entscheiden kann, wen man vielleicht angreift. Vielleicht ist einer besonders stark. Ich weiß gar nicht so genau. Ja, Player Elimination kann es dann ja nicht geben, wenn sie sich die Leben teilen. Ja, das finde ich auch sehr interessant, muss ich sagen. Und dieses Free-for-All zu dritt, ja, klingt auch irgendwie spannend, muss ich irgendwann mal ausprobieren. Aber ich würde sagen, Haupt, ja, Hauptbestandteil dieses Spiels ist einfach dieses Eins-gegen-Eins, diese Duell-Variante. Und ich glaube, das ist auch das, was mir dann langfristig am meisten Spaß macht. Rundum ein richtig geiles Spiel. Ich freue mich riesig, dass ich das jetzt endlich in meiner Sammlung habe. Und bereue es tatsächlich so ein bisschen, dass ich es mir nie früher angeguckt habe. Ja, es wirkt am Anfang so ein bisschen erschlagend mit den ganzen Fähigkeiten, weil man kommt wirklich schnell rein. Davon solltet ihr euch dann nicht absprechen lassen. Und für Marvel-Fans würde ich sagen, ist diese Version ja definitiv ein Muss. Ich lege ja tatsächlich persönlich nicht so viel Wert auf diese ganze Marvel-Franchise-Reihe. Aber irgendwie habe ich doch beim Spiel dann so dieses leichten Hype bekommen, dieses leichte Feeling, dass ich irgendwie so einen, ja, so einen coolen Held habe, von dem ich irgendwie einen Film besonders geil finde oder, ja, bei dem ich die Fähigkeiten besonders cool finde. Das ist schon irgendwie geil, muss ich sagen. Es ist schon noch irgendwie geiler, als wenn das irgendwie so ein ausgedachter Charakter ist, ja, zu dem man überhaupt gar keinen Bezug hat. Ja, und dann muss ich sagen, also rundum richtig cooles Spiel und mein Fazit auf jeden Fall, beide Daumen nach oben. Schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr so ein bisschen auf Würfelspiele steht und auch auf Duellspiele, dann, ja, ist es einfach ein Muss und für Marvel-Fans sowieso einen Blick wert. Und, ja, das war es von mir zu Marvel Dice Throne. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen und ihr hattet ein bisschen Spaß beim Gucken. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Video drehen und Videos schneiden und, 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 was ich hier alles noch alleine auf meinem Kanal mache. Ich freue mich, wenn ich euch mit meinen Videos ein bisschen weiterhelfen kann und würde mich im Gegenzug natürlich über eure Unterstützung freuen. Schaut gerne weiter den Kanal, gebt mir immer gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt und vor allen Dingen lasst ein Abo da, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und, ja, falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal schaut. Ich habe hier zum Beispiel ein Gespielt-Video aus den letzten Tagen und Wochen. Da stelle ich sieben Spiele vor, die ich in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe und ranke sie dann immer in einer zufälligen Kategorie, die ich dann spontan aus einem Beutel ziehe. Ist immer ganz witzig, vor allen Dingen für mich. Und, ja, ansonsten, ja, freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.